So, jetzt habe ich sie also mit der Lasur veredelt. Jetzt werden wir gleich einmal das zu machen, nicht, dass mir das wieder runterfliegt wie gestern. So, und jetzt werde ich aber noch einmal ein bisschen nacharbeiten, und zwar bei diesen Übergängen. Da haben wir nämlich schon leicht dünkler, und ich möchte es ja. Da kann man die Lasur immer wieder überlagern und somit auch das ein bisschen dünkler herkriegen. Das ist das Schöne bei den Lasuren. Je öfter man quasi einen Anstrich aufbringt, umso dünkler wird es mit der Zeit. Und kann damit Effekte noch herausholen.